Hey Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in PHP programmieren könnt, dass ihr E-Mails über SMTP verschicken könnt. Dazu könnt ihr euch einen eigenen SMTP-Server installieren, das ist etwas komplizierter in Linux. Oder ihr benutzt einfach schon einen von einem großen Mail-Anbieter, wie zum Beispiel Gmail oder ähnliches. Darüber kann man auch E-Mails senden, allerdings sind dann diese begrenzt, die ihr senden könnt, also pro Tag meistens oder pro Monat. Jetzt fragt man sich vielleicht, wieso sollte man jetzt nicht einfach diese Mail-Funktion benutzen, die ich auch in meinem Kontaktformular-Video benutzt habe, die in PHP drin ist. Davon rate ich ab. Bei der Mail-Funktion kann man erstens keinen externen SMTP-Server benutzen, das heißt, der muss immer lokal gehostet sein und ich kann zum Beispiel keine Anhänger dran machen an die E-Mail. Oder, was auch ein großer Nachteil ist, die kommen oftmals im Spam an und das auch nur, wenn ihr Glück habt, wenn ihr Pech habt, wenn ihr vom Server ganz abgelehnt, also ist es besser, so einen Mailer zu benutzen. Dazu habe ich den PHP-Mailer ausgesucht, das ist Open-Source, das könnt ihr euch einfach hier mit Composer oder wie ich es hier machen werde, ganz normal runterladen. Wenn Composer benutzt, könnt ihr einfach den Command eingeben und es installiert sich ohne, dass ihr was tun müsst. Wenn nicht, dann gehen wir hier bei Releases hin und laden uns hier den Source-Code für die neueste Version runter. Dann ziehen diesen Source-Code hier rein. Ich habe den unbedannten PHP-Mailer, davor stehen auch die Version dahinter und ich habe hier einen Test-Anhang, den wir auch noch nachher mitsenden wollen. Wir haben hier ein Formular, in diesem Formular soll man einen Nachdenken geben und die wieder per E-Mail verschickt. Denn hier auf dieser GitHub-Seite von PHP-Mailer stehen nämlich hier diese Sachen, die wir importieren müssen, wenn wir die Dateien runterladen. So, ich habe hier schon alles eingerichtet. Was passiert wenn man auf dem Button klickt? Da ist noch nichts. Oben machen wir mal die Imports rein, also diesen PHP-Mailer. Und hier müssen wir den Pfadern gehen. In dem Fall ist es einfach nur PHP-Mailer, weil ihr seht ja, es liegt hier direkt drin in dem Ordner. Und dann können wir schon eigentlich anfangen. Anfangen tun wir nämlich, dass wir uns ein Mail-Objekt erzeugen. Das können wir so nennen, wie wir wollen. Und dann New PHP-Mailer. Und dann müssen wir sagen, Mail ist SMTP, damit er weiß, dass es SMTP ist. Das macht ja Sinn. Und jetzt müssen wir den SMTP-Server festlegen, mit Host. So, und jetzt müsst ihr euch entscheiden, was wollt ihr nehmen. Ich in meinem Beispiel will Yandex hier verwenden. Hier seht ihr den SMTP-Server für Yandex. Für Google gibt es den ebenfalls, zum Beispiel hier auf der Seite, da steht smtp.gmail.com. Hier stehen auch die anderen Daten, wie zum Beispiel der Port und so. Und dann fügen wir ihn hier ein, den Host. So, und dann müssen wir sagen, dass wir uns bei diesem SMTP-Server authentifizieren müssen. Das können wir machen mit SMTP-Out und dann setzen wir es einfach auf True, weil meistens wir müssen uns authentifizieren. So, jetzt lege ich mit Mail, Username, den Username fest, mit dem wir uns anmelden. In meinem Fall ist es admin.totorialwork.de. Ich kann es hier nichts anderes angeben, weil sonst gibt es einen Fehler aus, weil ich den nicht habe. Aber es macht ja gar keinen Sinn, weil ich kann bei Yandex einfach eine neue Alias anlegen. Also, das davor meine ich. Und bei Gmail, wenn ihr da irgendwas eingibt, das andere ist, dann wird es automatisch auf eure E-Mail berichtet. Also, auf diese Ad-Gmail-Adresse. Das kommt immer auf den SMTP-Server noch ein bisschen an. So, und dann brauchen wir natürlich noch das Passwort. Das können wir mit Passwort setzen. Und dazu benutzen wir nicht unser Account-Passwort, weder bei Yandex noch bei Google. Wir müssen hier sogenannte App-Passwörter erstellen. Hier auf der Startseite kann ich hier ein App-Passwort erstellen. Klicke auf Create New Password. Sag Mail und gebe dem Ganzen einen Namen, wie ich das nennen will. Ich sage einfach mal Mail, keine Ahnung. So, könnt ihr so nennen, wie ihr wollt. Dann haben wir hier ein sogenanntes App-Passwort. Das kann man jetzt nur für Mails benutzen, aber damit kann man sich nicht in den Account einloggen. Das können wir kopieren und dann hier einfügen. Solltet ihr jetzt aber Google benutzen, könnt ihr einfach auf die Startseite von Google gehen. Google-Konto verweisen klicken. Da öffnet sich diese Seite, klickt auf Google-Konto durchsuchen, klickt App-Passwörter an. Und dann müsst ihr das Passwort bestätigen. So, wenn wir unser Passwort bestätigt haben, dann sehen wir diese Seite. Ich habe hier schon mal ein App-Passwort. Und hier können wir einfach wählen, was wir wollen. Zum Beispiel E-Mail, wählen Gerät aus, ist völlig egal, was wir nehmen. Und gehen auf Generieren. Und dann haben wir hier das genau gleiche App-Passwort. Also wie bei Yandex, das tragen wir dann hier ein. Ich habe das hier von Yandex halt. So, und jetzt müssen wir den Zerl noch sagen, von wem kommt diese E-Mail. So, da müssen wir wieder die richtige E-Mail auch angeben, weil sonst kann es sein, dass das Server das einfach nicht akzeptiert und da irgendwas eintippen. Weil das geht ja zum Beispiel bei der Mail-Funktion. Wir können einfach irgendeine E-Mail eingeben. Dann wird darüber eine E-Mail gesendet, obwohl es die halt nicht gibt. Und wir können hier noch als zweiteres den Namen angeben, optional. Das wird dann angezeigt im E-Mail-Programm. So, und dann fügen wir noch hinzu, an wen das gehen soll. Nämlich mit Mail. Adress. Da können wir mehrere Adressen hinzufügen. Also erst einmal natürlich den Namen. An wen das gehen soll. Und dann können wir auch hier wieder den Namen angeben, an wen das gehen soll. Ich gebe hier wieder TutorWork an. Und jetzt können wir es genau nochmal so machen. Einfaches kopieren und dann eine andere E-Mail angeben. Also wir können hier mehrere Empfänger hinzufügen. So, und jetzt kommen wir nämlich zur eigentlichen E-Mail. Da will ich nämlich einmal erstmal den Subject setzen, also den Betreff-Test. Und dann noch ein Buddy. Das heißt, das ist die eigentliche E-Mail. So. Und hier will ich einfach das nehmen, was in das Feld geschrieben wird. Das heißt hier MSG. So, und jetzt wollen wir überprüfen, ob die E-Mail gesendet wurde. Wenn die Mail gesendet wurde. Also wenn das halt true ist, dieser Booleum. Dann sagen wir dem User, deine E-Mail wurde verschickt. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagen wir einfach, dass es einen Fehler gab. So, und jetzt fügen wir noch hinzu den Fehler. Mail. Und hier Error Info. Und dann kann ich das Ganze schon ausprobieren. Würde ich nämlich sagen, wir gehen zurück zu unserem Script. Schreiben hier eine Nachricht rein. Das ist ein Test. Senden. Und die E-Mail wurde einfach gleich verschickt. Gleich mal ins Postfach reingucken. Und wir sehen hier auch zweimal eine E-Mail von diesen Anbietern, dass ein App-Hass-Wurder-Stellt-Wurde. Und hier oben ist von TutorialWork Test. Das ist ein Test. Wir sehen hier, der Name ist TutorialWork. Und an TutorialWork, das ist dieser Name, den wir hier jeweils angegeben haben. Und hier sehen wir auch, dass von Admet TutorialWork kommt. An TutorialWorkTV.atgmail.com Ja, das ist unsere E-Mail. Aber wir wollen vielleicht nicht nur diese langweiligen E-Mails verschicken. Sondern wir wollen vielleicht HTML benutzen. Dass wir die formatieren können. Also können wir sagen, dass wir HTML benutzen wollen. Das geht einfach mit isHTML. Und das setzen wir auf True. Und jetzt können wir auch HTML verschicken. Ich zeige euch das mal. Ich gehe jetzt noch in dieses Feld. Ich sage Hallo. Und dann kann ich ein Fettgeschrieben-Welt machen. So, Hallo Welt, das Welt ist dann Fettgeschrieben. Senden. Die E-Mail wurde verschickt. Und wir sehen hier eine zweite E-Mail. Hallo Welt und das Welt ist Fettgeschrieben. Und jetzt probieren wir das Ganze mal noch mit dem Anhang aus. Das ist ebenfalls ganz einfach. Der muss hier auf dem Server liegen. Anhang.zip Und dann können wir einen Anhang hinzufügen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin. Sag Mail.addattachment Und dann sage ich die Datei, also wo sie liegt. Im Alltag liegt sie am Hauptverzeichnis. Also nur Anhang.zip Das ist hier jetzt der Name, wie die Datei auf dem Server heißt. Aber vielleicht will man, dass der User das nicht sieht. Also können wir sie umbenennen. Was der User sieht, nämlich in test.zip. Dann heißt sie beim User test.zip. Aber wir schicken ihm die Anhang.zip. So, probieren wir das Ganze auch mal aus. Anhang einfach mal als Nachricht Anhang. Und so, die E-Mail wurde wieder verschickt. Und wir sehen hier test.zip. Wenn wir hier reingehen, die Nachricht ist Anhang. Und die Datei heißt test.zip. Obwohl die auf dem Server eigentlich Anhang.zip heißt. Ich kann hier auch reingehen. Und hier ist eine Datei drin. Ganz normal, wie man es halt kennt von Anhang. Ja, das war es von diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch immer bei einem Like und Abo. Und ich sage, ciao Leute. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.